Ja, willkommen zu meinem ersten Gameplay-Video zu Dota 2. Heute mal mit Lion, einem Supporter. Ja. Prowling. Wo ist die Kampf? 30 Sekunden zur Krieg. Ja. Das ist das. Vorwärts. Verrily. Die Krieg beginnt. Oh, Zeit für starken Arm-Taktiken. Oh, ja. Zu hell und zurück. Aufwärts. Ja, ich probier jetzt hier nachher gleich erstmal zu Anfang... ...unseren Sven als Carry jetzt hier mal ein bisschen hochzuleveln, dass wir den ein bisschen unterstützen. Die Hölle! Warum nicht? Vorwärts. Wo ist die Kampf? Oh, ja. Oh, ja. First Blood! Ich bin wie der Teufel. Oh, ja. Oh, ja. Das war, glaube ich, gerade nicht so gut. Das war, glaube ich, gerade nicht so gut. Nein. Ja, so schnell kann das gehen. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich habe immer meine Freude. Prowling. Aufwärts. Fortschritt. Oh, ja. Hell yes. Prowling. Die at my hand. Why not? Onward. To hell and back. I've got a power regeneration. Feel my claw. Yes. Spike! Wow. Where's the fight? Battle rages! Oh yes. Yes. I grow like the devil. Barely. Yes. Nerd. Prowling. Attack! Verily. Yes. Why not? Where's the fight? Lionize me. Oh yes. Oh yes. Yes. To hell and back. Yes. Double kill. That devil to pay. I grow like the devil. Hells. Oh hell yes. Oh hell yes. Forward. Yeah. Es sieht momentan noch nicht so gut aus. Onward. Your middle tower is under attack. Cower. Why not? Oh. Oh no. 사실. I grow like the devil. Yeah Toriel. Why not teleport super peur? Das kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Jetzt sind natürlich drei Top und nur einer unten. Nein. Ja, ganz schlechte Leistung gerade hier jetzt von mir im ersten Spiel. Muss aber dazu aussagen, ich spiele gerade zum ersten Mal Supporter. Normalerweise liebe ich es eher offensiv reinzugehen und ein bisschen tankier zu sein, aber na gut, muss man sich dran gewöhnen, ne? Ja. Ich will pay. Ich werde dich auf den Boden legen. Ihr mittel-tower ist unter Attacken. Wo ist der Kampf? Prowling. Auf geht's. Oh, ja. Zu hell und zurück. Jetzt haben wir ihn. Nein, 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 nein. Boah, das war knapp. Warum nicht? Ja. Ihr sollt nicht aufkommen. Ruckalander! Ja. Verily. Ruckalander! 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 Dein mittel-tower ist unter Attacken. Ja, ja! Ruckalander! Ruckalander! Oh, hell, yes. Hand it over. Oh, hell, yes. To hell and back. I go like the devil. Double damage. Yes. I'll make a kill. After them. Onward. Dire structures are fortified. Your bottom tower is under attack. Battle rages. Your bottom tower is under attack. Unstoppable. Oh, no. After them. A waste of stuff. My rage will fly. Ah, da hab ich grad die Skills falsch angesetzt. Ich will dir dein Name! Wicked Sin! Meine Rage meintreue zu dem Leben! Die Rage meintreue zu der Rage zu fallen! Die Rage zu fallen! Die Rage zu fallen! Die Rage zu fallen! Fack! Wohin! Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? Oh, was war das? The devil. Onward. Your bottom tower is under attack. Oh hell yes. Radiant structures are fortified. Cash in hand. Verily. Oh yes. So, jetzt kaufen wir uns erstmal die neuen Stiefel. Where's the fight? Oh yes. Knuckle under. Forward. Forward. Prowling. Oh yes. Why not? I'll put the squeeze on you. I'll put the squeeze on you. I'll put the squeeze on you. Dying on your face. Die Strukturen sind fortified. Ihr bottom tower ist unter attack. 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 Ja wir schwimmen und dann 4 gegen 5. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir jetzt irgendwo noch durchbrechen können glaube ich. Die Strukturen hat. Die Strukturen hat. Die in meine Hand. Vorwärts. Die Strukturen hat. Oh hell yes. Ich gehe wie der Däver. Die Strukturen hat. Wo ist die Strukturen? Ja. Ja. Der dahe ist. Die Coal mit dir. Politischeordünde. Warum nicht? Barely. Yes. Krieg, Rage! Ja. Vorwärts. Verwärts. 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 Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ihr Top Tower ist unter attack. I've already been to hell, what else can they do to me? Your top tower is under attack Onward Radiant structures are fortified Your top tower is under attack Your top tower has fallen I'm quite a devil Oh hell yes This can't be This can't be I run rampant This time, I've brought hell back with me To hell and back Where's the fight? Why not? Die at my Dyer's structures are fortified I'm going to die What's the fratars? I'm going to die I'm going to die I'm going to die I'm going to die The enemy's middle attack is fortified I can't kill you I'm going to die You're going to die I'm going to die ich werde das nicht töten meine triple Kugel Zeit zu holen in meine Hand ja wenn ich es noch mal noch ein kill gemacht jetzt mit dem anderen charakter ja 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 so ein level nachzuholen das geht gar nicht so Na super, wieder drei Leute. Wie erwähnt. Das war's für heute. ja ich glaube das spiel können wir vergessen ich habe ziemlich schlecht gespielt jetzt hier als lion im ersten match aber na gut ich bin zu hell und zurück und zurück zu hell und zurück ich bin zu Halt dich selbst. Ja. Fortschritte. Ja. Nein! Nach ihnen! Die hell with you! Fuck! More power! Oh, yes. I go like the devil. Why not? Verily. Onward. Roshan has fallen to the enemy's top tower has fallen. Feel my claw! Onward. Yes. Oh, hell yes. Yes. Your middle tower is under attack. Bowling. Your middle tower has fallen. Your middle tower has fallen. To hell and back. Where's the fight? Dominating. To hell and back. Dominating. Attack. Action. Up to it. Yes. Yes. Oh, that devil to me. Oh! Dominating! Super ey, keine Chance gegen diese Kombos. Jetzt aber nochmal schnell nach vorne. Nein, warum war ich denn schon wieder festgehalten? Hm. Du mittelstern schluss. Du mittelstern schluss. Auf geht's. Ihr mittlere Tauert ist in meinem Kopf. Ihr mittlere Tauert hat fallen. Ihr mittlere Tauert hat fallen. Ihr mittlere Tauert ist unter Attack. Ja, das war's. Das war mein erstes Spiel mit Lyon. Naja, all zu viel konnte ich nicht beweisen oder zeigen. Wenn ihr ein paar Kommentare hinterlassen möchtet, wäre ich euch sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal.